Mein Name ist Thomas Dellenbach. Ich arbeite schon bald 10 Jahre bei Rudolf Geiser AG. Angefangen habe ich als Mitarbeiter im Warenausgang mit der Zusatzfunktion als Ersatzchauffeur. Als mein Vorgänger pensioniert wurde, konnte ich seinen Job übernehmen. Seitdem arbeite ich 100% als Chauffeur. Als Chauffeur bin ich verantwortlich, dass unsere Kunden die bestellte Ware rechtzeitig bekommen und sie so ihre Aufträge ausführen können. An meinem Job als Chauffeur gefällt mir, dass ich meinen Tag zum Teil selbst einteilen kann und ausser davon unterwegs sein. Bei schlechtem Wetter und viel Verkehr kann es aber auch mal anstrengend werden. Durch den regelmässigen Kontakt mit den Kunden haben sich schon gute Bekanntschaften ergeben. Wenn ich gerade aufs Neuni herkomme, bekomme ich meistens auch einen Kaffee. In meiner Freizeit gehe ich viel in die Luft. Ein Hobby von mir ist Bauen und Fliegen von Quadcopter. Beim Zusammenbauen braucht es manchmal schon etwas Nerven mit diesen Kappen und kleinen Teilchen. Dafür macht das Fliegen umso mehr Spass. Mit der Videobrülle kann ich so fliegen, wie wenn ich selbst drin sitzen würde. Nach einem Absturz, der mal vorkommen kann, muss ich dann schon etwas basteln und reparieren, bis dieser Vogel wieder fliegt. Ich freue mich, euch weiterhin eure Päckchen zu bringen. Dank euch habe ich so einen schönen Job. Vielen Dank.